Hey Leute von heute! MCL hat mich eingeladen zur LOL-Premiere in Deutschland. Da nehm ich euch natürlich... ... ... ... ... So geil gewesen! Wenn du nämlich angekommen bist, musstest du erst mal im Dunkeln durch so geleuchteten Blacklight-Tunnel laufen. Da darfst du keine Angst im Dunkeln haben. Überall hingen LOL-Surprise-Blacklight-Kluster. Und wenn du dann weitergelaufen bist, standen diese Figuren. Das hat so hammer ausgesehen. Auf dem Boden waren überall Neon-LOL-Zeichen. Und wenn du um die Ecke gegangen bist, dann hingen so lauter Neonstägen von der Decke und du musstest da durchlaufen. Ey, das hat so viel Spaß gemacht und das Krasse ist, du wusstest ja gar nicht, wo du rauskommst, ne? I need action! Vor mir stand original das LOL-Surprise-Carpool-Karaoke, aber nicht nur als Feetless, sondern in echt. ... 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